hey yo was geht leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge pokémon laced jawohl wir sind jetzt hier in der neuen stadt angekommen wir haben uns auf jeden fall durch die durch diesen sumpf da durchgekämpft wir haben einen schönen encounter gefunden beziehungsweise schöne encounter und ja jetzt sind wir ready to go und mal schauen was noch auf uns zukommt ich würde sagen wir laufen mal direkt hier and breakfast wenn ich jetzt gerade gebrochen head local hotels all booked ich komme morgen wieder know that aha ist gar nicht denn pokémon los sind sind sie einfach zu kämpfen die für something this poker and everything follow me call it what daddy's content is attain the pokemon oh und dito machen einfach auf englisch actor Hey, im Ditto haben wir jetzt hier vor viel bekommen. Wenn wir annehmen, von dem her natürlich. Das ist eine Elektro-Arena. Das ist eine Elektro-Arena. 9-types are way stronger oh süß I'm dead hier 9 to trade a poker would you like to trade 9 tails? or my polywirl? tails? I don't have that scary have these in the offer? purchase a ticket hm Ich brauche ein Wish Ticket, aber ich kann es nicht nutzen. Terrible. Terrible. Okay. Es bietet mir an zum Abendessen da zu bleiben und dann gibt es kein Essen. Was ist das? Zeit. Ich hoffe, du möchtest ihn. Ich will jetzt hier auch keinen Date stürmen. Was ist hier oben? Ah, das war dieses Power Plant. Ah, okay. Hier oben. Gibt es hier jetzt was? Some of my friends are upstairs. Aha. Oh. Oh. Oh, Magnetilo. Ich mache jetzt erstmal ein paar Sand Attacks. So, Pierce Hand Attacks. Jetzt machen wir einen Scratch. Ah, jetzt hier ganz entspannt. Falls der irgendwie Donnershock hat, bringt ihm ja nichts. So, wir müssen aber auf Crit Range aufpassen, natürlich. Okay, hier steht schon 60% Chance. Ich will jetzt kein Crit riskieren. Probier's einmal. 2. 2. Voll. Gut. Guter Catch. Magnemite. Kapstoffe Magnemite ist auf jeden Fall Elektriker. Was ist dran? Elektrik müsste dran passen. Elektriker. Sehr gut. Oh, Pikachu hat sie hier. Oh, my friends are upstairs. Dangerous. Oh, das Pikachu lädt sich auf. Oh. Stop. Aha. So einer ist schon. Oder. Oh. Du hast da stehen. Wenn du mit Pikachu gespürst, bekomme ich dich, dann sind wir gut. Okay? Du hast da den Pikachu zu fangen, würde ich mich пор�hen. Okay. Oh, okay. Vielen Dank, wir haben mich. Wir machen jetzt mal hier. Wir machen uns unten an. Wir machen uns mal. Oh, Elektrike wäre auch nice. Switch off. Alle Switches hier off. Und wieder so eins. Ey, es fackt ab. Hier hinten im Eck gibt es auch noch ein Ding. Ja. Es ist turned off. Okay. So, jetzt healen wir noch ganz kurz, weil ich habe jetzt auch keinen Bock. Hier nochmal Elektriker noch healen. Was hat Elektriker für den? Und der Schock hat er auch. Halt auf ihm irgendwie keine Ding. Nicht wirklich eine Attacke, ne? Okay, ich habe jetzt nicht gelesen, was er geschrieben hat. Und der Bolt setzt er ein. Okay. Ist das Doom? Ja. Rowl. Und Rowl. Okay. 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 Perfekt. Ja, ja. Perfekt. Ich habe mit jemandem geredet. Korrekt. So, wir sehen uns gleich draußen. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt machen müssen. Okay. Hey, who are you? Hunty. That's a cute name. My name is Chell. Just got my very first spell. Jealous, this Gym is. Was it easy? Because I have Pokemon that resist Elektriker types. Wanna see? Ah, ja. Perfekt. Let's also direkt fighten. Pokemon Trainer Chell. Charita. Hm. Pick attack. Schöner Crits. Pikachu hat sie. Direkt weg. Korrekt. Oh, wie hat sie die Arena geschafft, also? Okay. Noch ein Rivale. Good advice. Gonna give some advice. Sparky is a mechanic and trains the Elektriker type. Use ground type attacks to defeat him. Ah, ja. Kann ich jetzt direkt hier durch? Zum Leader? So aus. Okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt ab hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann gehen wir gegen den Arilla-Later fighten. Bis dahin macht's gut, hat rein und... Ciao. 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 Ciao.